Somit gelangen wir zur Abstimmung über den Antrag des Immunitätsausschusses in 277 der Beilagen Folgendes zu beschließen. In Behandlung des Ersuchens der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstraßsachen und Korruption um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung der Abgeordneten zum Nationalrat Kira Grünberg wird im Sinne des Artikels 57 Absatz 3 BVG festgestellt, dass kein Zusammenhang zwischen der inkriminierten Handlung und der politischen Tätigkeit der Abgeordneten zum Nationalrat Kira Grünberg besteht. Und ich bitte jene Damen und Herren, die sich diesem Antrag anschließen, um ein zustimmendes Zeichen. Das ist mehrheitlich angenommen. Wir gelangen zum 13. Tagesordnungspunkt.